Und jetzt hab ich noch mal einen gehekelt. Jetzt konnte ich spawnen, jetzt kann ich doch nicht mehr... ...den Typen hinter uns erschossen hab. Ja ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ich mag es nicht, weil er in den letzten Aufnahmen viermal erschossen hat oder so. Jawohl, wenn du in meinen Schuss reinlaust, dann... Ja, würd ich jetzt auch sagen, ne? Ja. Ich bin zu langsam, ich ziel nicht richtig. Ist doch alles kack. Oh shit! Du bist aus der Übung, wenn du nur noch zur Outmabe spielst. Also man deckst dir von so hoch, ist ja schon. Ich bin einfach tot manchmal. Weil die einfach irgendwie so 5000 Feurer da haben. So, dann haben wir die Base verloren. Ach. Was? Wieder von rechts. Wenn du so ungeskillte Leute wie die Fute rumgammeln, dann ist es klar, Fute. Ungeskillte Leute. Oh, du scheiße, wie viel kommt... Ja, die machen gerade Mage-Push. Ich... Ich... Ich werde wie im Leben schaum die Ecke, plötzlich komm mir so sehr klar. Ja, Fute, was heißt das so von Echo Valley Substation? Für die SM-A-Lert. Pssst. Wir gehen auf Hinswenn. Fute, was haben wir... Wenn wir ein bisschen Lack haben, pushen wir jetzt nämlich den A-Punkt gegen Maxis und können richtig Kills snacken. Ja, wofür. Ich habe eine Sam-Station. Ja, wir gehen nicht. Ich komme gleich, wenn ich tot bin. Also, in 10 Sekunden. In Galaxies, um die Echo Valley zu unterstützen. Weil... Achso, ich habe ein Buffet. Ist ja das wie... Das war 10 Sekunden. Ich lebe noch. Länger als 10 Sekunden, Alter. Muss mir eine Auszeichnung geben. Das stellt doch das Geschütz, Mensch. Mann. Das haben wir Geschütz. Wir haben so viele Kämpfe erlebt. Äh, Markus? Ich glaube, hier wird sich dann auch fast schon wieder ein Huffy lohnen. Warte. Aber gleich nicht mehr, weil wir gleich einfach alles weggeräbt haben. Boah, ich könnte es kotzen kriegen. Ey, ich bin grad so gut. Ich bin grad so gut. Ich bin auch nicht schlecht. 21,16. Mann. 21,16. Ich hab... 24,39. Ich hab... 34,40. Ich hab 14,14. 34,40. Ne, 24,40. Da oben ist noch ein Sandy. Markus, South East. Wo? South East Garage. Wo müssen wir hin? Echo Valley? Wo ist Echo Valley? Okay. South East Garage. Gute Beschreibung. Ja, Süd-Ost Garage. Ich weiß nicht, wie wir was... Was ein... LZE. KTSE. Ich weiß schon, was wir müssen. Jetzt macht er was einen Scheiß. All das nicht. Geh'n einfach ab hier. Es geht richtig ab. Rechts hast du deinen Krieg. Rechts hab' ich meinen Krieg, ja. Ich hätt' dir mal ein paar Leichgegner, wo ich mal mal die KT aufpassen können. Echt? Hat das nicht. Ihr habt die Leichgegner, sind glaub' ich, dann in die Luft geklungen. Nein! Irgendjemand hat mich geheadshotet. Wo ist der? Zurück nehmen wir sein. Zwei Leute kill... Zwei Leute kill... Zwei Leute kill... Nein! Guys, if you could use a medic place, could some of you please pick me up? Pick me up, 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 pick me up. Come on guys, one of you. Schnauz of you. Boah, süß. Jetzt muss ich so... Wir rennen einfach 20 medics rum. Ja, McFlip. 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 McFlip wär auch echt geil. Oh, ich hab' Bock auf Burger. Essen. Ich glaub' du hast dengegner so ein bisschen heiß von mir grad. Ja, ich hab' nichts gegessen heute Abend. Auf so'n Bier. Essen im Bier. Das ist das Essen alles muss. Bier. Er isst ein Bier. Das hab' ich auch noch ließen gesehen. Das ist ne Max, natürlich ist das ne Max. Das ist super, ich leg mich jetzt wieder mit der Max an. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin auch bei euch in der Nähe. Und in der Nähe. Geh' euch noch auf der Karte. Ich bin so gewöhnt, dass der Verte der Stern ist. Ja, das war die Max. War echt schlecht. Ja, eben. Hab' man nur Schild weggemacht. Das wäre ein Hummer-Transportfahrzeug. Nein, ich schieße grad. Das Geiz von Himmel. Hast du gesehen? Ein Annihilator? Ja. Ein Healer. 2100. Wohin gehen wir jetzt? 2160 Zertz. Watterson? Nee, der kostet nicht nur so viel. East River? Also wie ich ihn gekauft hatte, hat er viel weniger gekostet. Dann gehen wir nach Watterson. Hat er 1000 gekostet. Ja, 1000 kostet das schon die ganze Zeit. Ja, hast du nicht grad irgendwas gesagt von 1000 irgendwas? Hä? Ich hab' 2160. So. Ich hab' 2160 mal wieder. Kannst du auch mal eine Max richtig hochsetzen? Könnt' ich machen, ja. Also nach Watterson, Jungs. Was ist denn? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Nein, nein, wir greifen nicht auf Watterson. Das ist doch noch mein Athletic's fail. Geological Survey Camp. 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 Ganz rechts. Wir verteidigen wieder. Wieder da, wo wir angefangen haben. Ja, gut, das ist ein gutes Ende. Wir haben nur noch 5 Minuten, deswegen. Wir beginnen das da, wo wir auch angefangen haben. Das ist die Logik. Warte. Ja, komm. Ja! Haha, yes! Ich kann nichts spawnen. Ich kann nichts spawnen. Ey, ich hab' da... Der fährt zum Flash, ne? Und Sandor Baller den so ab. Ich schieß' einmal drauf, erwischt den Flash einmal. Er wird die Luft. Jawohl. Und jetzt hab' ich noch mal ein Geckels. Nein. Ich kann nicht spawnen. Jetzt kann ich doch nicht spawnen. Ja, du musst doch schnell sein. Du spawnen ist meistens nur 2-3 Sekunden da. Warum? Weil das das neue Spawnsystem ist. Das ist scheiße. Weil Plans halt scheiße ist. Weil ich der Meinung wäre... Wir spielen Heroes & Generals. ...dass man nur spawnen kann in ne Grenze. Zumindest wo übergekämpft wird. Achso, an ne Grenze. Mann, dui. Ich kann nicht spawnen. Ich kann nicht spawnen. Ich muss jetzt 20 mal... 1000 mal verlegen, bis man da hinkommt, ey. Oder hinfliegen. Ohne Wies. Ist so. Zwischen ist einfach noch schlimmer geworden. Ja. Was ist schlimmer geworden? Das Bondssystem. Das wollten wir verbessern, aber es ist einfach noch schlechter geworden. War das Bondssystem davor ja besser. Echt so? Er hat wieder ein Klapp gezogen. Er hat wieder ein Klapp gezogen. Ich geh ab. Und ich geh ab. Ja. Ich bin mal wie hoch ich bin auch in der Aufnahme ein Ruhand ab. Level 65. Ich geh ab. Ich geh ab. Ja. Ich geh ab. Ja, ich bin mal wie hoch ich bin auch in der Aufnahme ein Ruhand ab. ich weiß nicht wo man in der base hochkommt außer ohne leichte gar nicht gar nicht wahrscheinlich super oder oder springt die klippe runter kommen hoch mit getötet ob man den hoch da oder ist an die steht aber der gegner ist es an die steht oder auch nicht wo uns das ist wo uns als an die steht das sind aufzunehmen hat sie noch zu gehen der welt hinter den von schule bei mir 16 mir so schlecht war ich noch nie ist immer ein erstes mal von der seite gibt es ja kein alter jetzt echt kein ein kiel heute ich sehe mein leben schon fast nicht mehr also ist wieder können wir auch knicken ist auch weg wir wollten hier bleiben gut weil hier ist ein guter kampf ich bin noch nie gestorben hier ich bin selber gestorben jetzt aber das war ab und zusammen das geht mir schon und die verbindeten werfen wieder gar nicht mehr was wird abgefallen hat alter die ist hart stelle unsere leute werden gefickt boah alter willst du mich jetzt verarschen nein unsere leute haben gerade die gegner weggefickt aber richtig ich bin schon wieder im sunny verloren die haben jetzt nur noch einen irgendwo unter der brücke what the fuck die schießen einmal ey und haben 1000 schüsse raus und ist tot so ich glaube wir haben alle tot was du und ich bin jetzt über 1 kd Markus ist über 1 kd was läuft bei dir so ich bin unter oh ich bin noch unter über 0,5 über 0,5 Gangstyle ich bin echt richtig stolz auf dich ich bin echt richtig stolz auf dich so da ist noch ein fucking harasser und da habe ich ihn gekillt den wichser also ja wir haben noch eine Minute oh jetzt bin ich tot ich habe keinen bock mehr alter so gut angefangen und dann stark nachgelassen aber sau stark nachgelassen hier habe ich einen liberator kill assist gemacht der standard waffe von harasser ach so ich bin ja gar kein schwerer man ich wollte gerade den jens an die rapen aber da stehen zu viele leute dran aber da stehen zu viele leute dran ok gegen euch das andere ist auch ja ich kann ja nicht ich schaffst du auf die 0,5 zu kommen Leute wow ob das jetzt positiv oder schlecht negativ ist weiß ich jetzt nicht ich glaube das ist negativ guter wenn du so scheiße bist ja vor allem manchmal gesamtkarte am arsch das ist schlimmer die wieder hoch zu spielen alter wie viele kills ich gerade mache ich habe gerade eine killserie verdammte scheiße und mehrere gruppen kills gemacht guter ich bin jetzt hier positiv schön ich bin 22 also negativ schon das bei dir aber richtig hart ja der berg runter mit anlauf ich war als sniper frage ich heute was da hast du was gerissen ja am anfang aber jetzt ist es tot ja du bist tot ja zu oft tot ganze Zeit eigentlich wenn ich mal die spielzeit mit der aufnahmezeit so vergleiche bekomme ich nicht viel wenn ich dann die tot abziehen muss na jetzt hat mich erwischt da kann ich keinen punkt dv mehr machen jetzt treffe ich nicht so ja was am wunderschöne war alles natürlich wir nehmen habe ich getroffen jetzt bin ich tot auch fuck juff ich höre auf fuck juff ja und wieder ein kill lightning in die luft gejagt tschüss 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 tschüss